so herzlich willkommen zum 17 17 let's play von rayman legends ja und in der welt geht es jetzt weiter und da war ich mal nicht hin in den rausch der höhe wie ziemlich hoch und da kommt schon mal der erste klack der goldie bleibt mal hier doch haben wir die kröten flieger was es sein soll ich wollte hier oder der fliegenfrosch macht was ihr denkt das war nicht gut ja nicht die ohne es nicht hätte sein können nicht wahr darum ist ja auf jeden fall eine münze gleich mal eingesackt ja ah da war es schon mal schön ja 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 es war ungeblieben oder wie ja heute ist mir also der Part überlassen ja aber gar nicht mitbekommen ich nur um die Mitte gekommen ach ja da wo Murphy war ja ja ich will nicht wissen was zum Tier das genau sein soll Froschlieger fliegen Frosch I don't know benutze mich als Hooper die Prinzessin der Mischung unbedingt auf den Mond ja hier wollte ich hin ja hast du auch gesehen die Tür da oben ja ja damit du den nächsten willkommen ich mag dann nicht so richtig und du bitte drehen ouch ouch oh ich kann sie von den den Frösschen die Fliegenforschläge wie auch immer der Paster aber leider war ich voll nicht gestochen das hat mich mit einem neuen noch noch aber auch kein witz in karate kick au da was mit dir du zacklich damit mit was hast du getan ach was du meinst du schon ey ich hab gesagt hier wird keine kleine verprügelt das hättest du euch prügelt kapiert das doch eigentlich mal dumme geister ja 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 die kann man sein ja 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 bene ja sowas schon wieder einschlafen dabei? Ja, we, we, au! Wee! I'm free! Schnell weg hier! Oh Gott, flucht er aber vor allem. Aber leider weiß man das nicht. Oh, ganz knapp! 32 haben uns gefehlt. Ja. Egal. Boom, 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 boom. Da unten, unten sind die kleinen Pokale. Die Lesterprinzessen. Feinde aus einer anderen Welt haben ein bereits besuchtes Gemälde heimgesucht. Darauf ist ein neues Gemälde entstanden, in dem du die neue Kleidling retten musst. Während du die Kleidling rettest, werden neue Heimgesucht gemälde erscheinen. Ah, ja, dieses Mini denke ich das. Aber vorher, guck mal, was sie hier drin haben. in dem Grubbelrückling rubbel los. Ah, ein Kuscheltierchen. Kuscheltierchen. Das macht! Wir müssen sowieso noch die ganzen Dinger einsammeln. Ah, ein Toastbrot. Ein weibliches Toastbrot. Ein weibliches Toastbrot. Was gerade gegen den Baum. Was gerade gegen die Wand surfen. Weil man das heimgesuchte Gemälde? Nein. Die lassen wir weg. Die kann man aufs Screen. Die kann man aufs Screen machen. Also die nächste Prinzessin geht jetzt ab. Ja. Twiler. So, dann war's auch für dieses Mini-Let's Play. Und wir sehen uns dann bei dieser Prinzessin wieder. Und die Schlechter von Aurora. Twiler. Ja. Bis zum nächsten. Ciao!